Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein herber Stimmungsdämpfer ist. Man hat in den letzten Wochen wirklich eine Euphorie gespürt, die man lange in Deutschland nicht mehr gesehen hat. Das lag zum einen an den mutigen, aber auch sehr vielversprechenden Nominierungen, die Julian Nagelsmann getätigt hat. Und auch durch das Release der neuen Trikots und auch die Werbespots von Adidas haben auch eine Euphoriewelle erzeugt, die es lange in Deutschland nicht mehr gab. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das gestrige Beben definitiv jetzt auch auf die Euphoriebremse treten könnte. Denn wenn man das mal so betrachtet, ist der Großteil der deutschen Fans sehr, sehr unzufrieden mit der neuen Partnerschaft mit Nike, die ab 2027 beginnen wird und für mindestens sieben Jahre den DFB ausstatten wird.